Also vorab, bevor wir auf das Video hier in Facebook eingehen, nochmal hier, der Klassiker schlechthin, ähm, Thomas Müller hier mit seiner roten Karte. Das muss ich auf jeden Fall einblenden. Also, der Klassiker auf jeden Fall. Hier auf Facebook ein krankes Video, da fährt einer Amok oder läuft Amok mit seinem Hammer als erstes, oder es ist kein Hammer, aber mit seinem komischen Jeep da. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall hier einen Ehestreit oder so, die Frau spremt gegangen oder hat einen neuen, was weiß ich. Zieht euch auf jeden Fall das Video rein, ist überkrass, der Typ hat einen kompletten Schaden, also. Oh, da passt auf. So, wie ihr seht, der rammt als erstes das Auto von der Frau. Ich glaube, das ist das Auto von der Frau. Ähm, der rammt jetzt zwei, dreimal. Und dann kommt auch die Polizei. Ja, genau. Dann ist er noch hier in den Garten reingefahren, hat den Garten kaputt gemacht. Und, ja, danach fährt er weg und dann müsst ihr mal genau hinhören. Habt ihr es gehört? Hört mal richtig hin. Norbert, geh weg! Jetzt, jetzt. Der Kranke schießt da mit seiner, mit seiner Gun rum. Der Typ hat auf jeden Fall zu Fortnite gezeugt oder was auch immer. Der ist amok mit dem Kranke. Ähm, kranker Typ. Ja, einen Tag später kam das Ganze auch in der Zeitung. Der wurde hier, ähm, auf jeden Fall verhaftet. Der ist dann in den nächsten Graben reingefahren oder so. Ähm, ist auf jeden Fall nicht entkommen. Und, ja, muss ich dem Haftrichter halt hier vorführen. Und, ja. Sonst gibt es auch weiter nichts zu sagen darüber. Wenn euch das Video hier so gut gefallen hat, dass es euch ein Like wert ist, dann lasst ein Like da und, ja. In diesem Sinne, folgt mir auf Instagram. Peace. Wie gesagt, wenn euch das unfassbar schlechte Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute. Ciao. 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 Ciao.